Wie stellst du dir dann die Medienbranche der Zukunft vor? Was für Risiken oder Chancen könnten da auftreten? Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Medienbranche sich noch sehr, sehr weit entwickelt und dass wir da am aktuellen Punkt noch lange nicht bei dem Ende der Fahnenstange sind und da wahrscheinlich noch einiges auf uns zukommen wird. Ich denke, Risiken sind halt immer so ein bisschen, dass man zu schnell zu viel möchte und dann vielleicht Gefahren, die teilweise noch nicht ganz ersichtlich sind, auftauchen könnten und man da dann das ein oder andere Problem bekommt.